herzlich willkommen liebe viktron quattro fanboys und herzlich willkommen liebe die hybrid inverter fanboys heute haben wir ein sehr geniales special wir schauen uns wirklich peak shaving im praxis bereich bei einem viktron quattro system an wo sechs stück 15 kva viktron quattro montiert sind die die fanboys das aus viktron quattro kann kann natürlich der hybrid auch das coole ist dass ich bin bei einem sehr guten freund von mir nämlich bei der firma stromaggregate großmann und man sieht im hintergrund so viele stromaggregate soweit das auge auch nur reichen kann aber heute geht es darum der unterschied zu anderen youtube kanälen ist wir zeigen dass auch in der praxis wie das ganze funktioniert hier haben wir ein 220 kva stromaggregat dann haben wir unsere xx large viktron quattro powerbank da gehe ich gleich rein mit euch und damit das ganze authentisch ist haben wir eine ordentliche lastbank das heißt diese lastbank werde ich dann gleich einmal einschalten das macht dann heute alles irre viel lärm mit dieser lastbank haben wir die möglichkeit bis zu 400 kw künstlich darzustellen auf watt genau das ist wunderbar für das heutige testing übrigens für die viktron fanboys dieser container ist zum kaufen weil es wird ein größerer gebaut aber kein geheimnis der größere wird dann ja wahrscheinlich nicht mehr von blauen brudern sein weil auch bei viktron ist irgendwo die grenze erreicht aber nichtsdestotrotz haben wir hier 24 sechs stück 15 kva viktron quadros das heißt das ist ein richtig ordentliches niederwollsystem wo bis zu 1700 ampere theoretisch am laufen sind für die ein oder anderen die was zu hause einen nix power in von viktron haben da haben wir ein paar stückerler verbaut in dieser anlage und als batterie speicher sind hier 140 kilowattstunden bleigel batterien warum weil im event geschäft beziehungsweise notstrom geschäft man natürlich keine kommunikation großartig brauchen kann und ich habe jetzt blöderweise das steuerkasten runter geschmissen für unsere lastbank das war unser steuermodul und da kann man dann bis 400 kw wunderbar jeden watt wert einstellen das wäre jetzt 10 kw das machen wir dann gemeinsam das ist unser steuerkasten für die lastbank hier haben wir ein touch display wo unsere servo geschichte drauf ist wo wir das ganze dann visualisieren werden normal macht man das in der regel über das vrm portal dementsprechend liegt hier das servo am boden da wurde jetzt reingebastelt dass wir fürs video da euch die bilder zeigen können das ist im prinzip die ganze ac verkabelung und absicherung dahinten geht es dann raus zum klemmfeld wo wir gleich rausschauen also das den bei verbrauch für 90 kv ist schwer in ordnung mit 189 watt da braucht sich einmal viktron auf alle fälle nicht verstecken noch einmal ein paar bilder zu den bleigel batterien 140 kilowattstunden kapazität einfach deswegen bleigel weil in diesen anwendungsfällen geht es darum dass man im prinzip notstrom lösungen usv lösungen darstellen wollte und das hinter bleigel batterien doch ein stückchen mehr gefragt der nächste container wird ein stückchen größer wie gesagt das lasst sich damit viktron nicht mehr darstellen hier sind sogenannte power lockt das sind einphase gesteck verbindungen die gehen zwischen 400 bis 660 ampere auf hier haben wir die zwei eingänge das wäre der notstrom eingang und das ist der netz eingang da kann man herumschalten dass wir im prinzip ein teil der generator porten und das grid das ist der unterschied man viktron quattro zur multi plus dass wir hier unabhängige 2 ac eingänge haben ja wir fahren hier natürlich für unser test setup nur mit einer 125er steckverbindung weil das jetzt für das testing absolut ausreichend ist das stromaggregat könnte der rettisch zwei stück von diesen 125 am pc steckdosen ja und dann als lastquelle wie schon vorher erwähnt unsere powerbank so wie immer wird laut bei mir das heißt ich schalte jetzt einmal die externe versorgung ein das heißt die lüftersteuerung kommt vom hausnetz wir haben 50 hertz und gehen zum stromaggregat das ist einer der größtmöglichsten variationen von einer stromaggregat auf 3,5 tonnen das heißt davon ist noch klassischer kugelkopf der wert der rettisch mit einem e2b führerschein noch zu transportieren das heißt das ding hat wirklich exakt dreieinhalb tausend kilo und hat eine netz parallel beziehungsweise aggregat des synchronsteuerung verbaut und auf diesen steuerungen da habe ich mich von 2004 bis 2010 massiv befasst also nicht mit diesen hersteller aber das war im prinzip auch eine kernkompetenz von der mr mining so wir starten jetzt das stromaggregat jetzt wird es dann schon langsam laut es wird dann gleich der motorisierte schalter schalten schalter ist angezogen es läuft alles auf display und wir bewegen uns jetzt fort vielleicht passt es dann inzwischen auch dass wir das eine oder andere stromaggregat euch noch zeigen da sind auch teilweise container aggregate hier aber uns geht es jetzt mal darum zu zeigen was victron in der lage ist im bereich von peak shaving zu leisten natürlich notstrom alles kein ding ich habe das ganze system jetzt so eingestellt wir haben das auf 125 ampere seitens vom netz begrenzt und wir werden uns jetzt ein wenig gemeinsam spielen die batterien sind natürlich nicht voll das heißt den rest der energie wird aus der batterie gezogen wir haben aktuell 700 ampere die was gerade hier der batteriebereich reingeladen werden der ladestrom wird sich dann je nach last verringern das heißt wir werden jetzt mal eine ac last drauf geben wir starten mal mit 10 kw um zu testen ob die last bank auch funktioniert so die lüfter von der last bank seien so wir haben jetzt 20 kw auf der last bank das netz ist auf 80 kw beschränkt das heißt irgendwann wird der rest aus der viktron geschichte kommen jetzt fahren wir mal rauf auf 50 kw es wird natürlich immer wieder inzwischen die energie auch vom stromaggregat genommen leider die ladenz zeit das ist so 50 kw was die last bank zieht kurzzeitig wurde die energie aus dem multi plusen gezogen das gehen wir rauf auf 60 kw 70 kw bei der 125er ce stecker kann noch 80 kw sprich 125 ampere wir sehen es 70 kw die 70 kw werden noch aus netz gezogen und dann ab 80 kw wird der rest also wenn ich jetzt auf 90 kw gehe wird jetzt aus den batterien dann gezogen natürlich nicht schön es steht auch sehr schön unterstützen irgendwas habe ich scheinbar bei den settings da verstellt es sollte eigentlich 125 ampere eingestellt sein ist gerade jetzt nicht der fall wir haben auch vorher muss ich sagen die notstrom seite getestet jetzt haben auf netz umgesteckt aber lasst euch jetzt da nicht irgendwie täuschen das ist der unterschied man hat eine netzeinstellungsmöglichkeiten und eine notstromeinstellungsmöglichkeit ich habe vorher bevor ich mit dem video gestartet habe mit der notstrom seite getestet wir ziehen jetzt scheinbar 64 kw aus dem stromaggregat das hier als netz symbolisiert wird und die 23 kw kommen aus der batterie und 88 kw haben wir auf ausgaben und überlaufen 190 wird zu viel sein für system jetzt gehen wir mal auf 110 kw auf freunde das sind 110 kw das ist schon eine meldung wir sehen es 44 kw kommt aus diesem system 70 kw aus dem netz 110 kw am ausgang das ist ein sogenanntes peak shaving das heißt die quattro phase 1 phase 2 phase 3 unterstützen jetzt mit der batterie freunde ihr seht es 903 ampere seitens der batterie wahnsinn das ganze das mit einem 48 volt niederwollt system so theoretisch rechnerisch müssten wir bis zu 150 kilowatt theoretisch kommen die batterien sind aber ziemlich am sand schauen wir mal mit 140 kilowatt was dann auch möglich ist 1800 amper freunde ich muss ein stückchen runter geben weil sonst geben die die batterieströme am limit von den multiplusen weil hier das am netz scheinbar falsch begrenzt wird 1500 ampere 1500 ampere wahnsinn da sieht man halt was da alles möglich ist das heißt hier auf diesen batterieleitungen an diesem berg sind 1500 ampere unterwegs gehen wir auf stromaggregat schauen damit ihr glaubt dass ich euch nicht ficken 67 kilowatt ich glaube ihr habt es kurz gesehen 65 möchte die tür jetzt nicht aufmachen freunde das ist ein fest auf 48 volt niederwollt 1500 ampere es ist gerade was runtergegangen scheinbar hat hier die steuerlogik nachgeregelt oder ist das system jetzt von den batterien her begrenzt weil ich sollte hier oben am netz ja die 125 ampere eingestellt haben weil vorgejammert habe ich habe so mit notstrom geprüft schauen wir ob da noch was geht ob er dann auch ein stückchen spazi haben damit man die batterie noch ein bisschen mattern können 1672 das heißt wir sind jetzt schon die multiplusen die breller und arbeiten das macht schon richtig ihre geräusche ich gebe kurz mein mikro runter 1500 ampere jetzt gehen wir wieder runter mit gas ich habe euch glaube ich genug gezeigt so ich habe es umgeschaltet auf 20 kw und es wird sofort auf den laden modus dann umgeschalten 20 kw am ausgang leider die latenz von dem viktro display und jetzt baut sich dann schön langsam richtung 700 750 ampere ein ladestrom auf nur damit wir ein wenig was gesehen haben was mit diesem system alles möglich ist und für die die fanboys datei könnte das natürlich auch so jetzt machen wir noch ein bisschen nachladen und dann gehe ich mit euch über den hof damit wir nicht so laut schreien müssen aber das war schon richtig ein fest für mich natürlich wenn ich jetzt raus gehe und das stromaggregat notausdrücke macht natürlich diese anlage sofort eine automatische umschaltung und wir haben natürlich den schalten wir mal aus und da sollte irgendwo not ausschalter verbaut sein natürlich jetzt nicht die feine englische aber das war unser blackout und jetzt gehen wir gleich einmal kontrollieren und natürlich haben wir energie in unseren container so der manfred war nicht begeistert dass ich bei seinem stromaggregat keine nachkühlung habe laufen lassen und ich suche jetzt gerade die ganz die dicken fetten großen container aggregate ob die da irgendwo zum finden sind aber mir fehlen die die dürften vermietet sein also der blackout kann kommen bei der firma stromaggregate großmann die machen dann natürlich schon auch verkauf aber ihr hauptgeschäft ist die vermietung sind natürlich auch voll auf erneuerbaren energie unterwegs hat in seinem wohnhaus bürohaus auch ein viktron ess aber das wissen die leute eh schon wie es aussieht das müssen wir euch jetzt nicht extra zeigen ich glaube das heutige video war wieder sehr praxisnah damit man sieht was da alles möglich ist und natürlich auch die die hybrid reihe kann diese use cases aber man muss an dieser stelle schon fairerweise sagen dass viktron das schon seit bald zwei jahrzehnten beherrscht und man nicht vergessen darf was die holländischen ingenieure da geleistet haben dementsprechend kann man durchaus verstehen dass die viktron fanboys sehr lange die einzigen waren die was diese use cases wie vor ihm gezeigt spitzenlast schieben vollautomatischer notstrom dass das eigentlich so in dieser art und weise nur viktron gekonnt hatte ja so ein teil das möchte ich mir das blockheizkraftwerk zu hause checken muss ich schauen ob ich damit manfred so was zusammenbringe mit dem geschäftsführer von stromaggregate großmann aber fakt ist das war heute sicher wieder eine sehr beeindruckende geschichte nicht nur schwarzen sondern auch was zeigen so ich sage danke für euer zusehen und für die viktron fanboys die was interesse an einer richtig ordentlichen quattro anlage haben ich lasse die kontaktdaten in der video beschreibung sich einfach bei der firma stromaggregate großmann melden bis dahin wie sie euch die nächsten genialen use cases rund um die energiewende zeigen kann euer mr mining tschüss